Ja, an erster Stelle würde ich hier die vielfältigen Möglichkeiten nach dem Studium nennen. Man hat mit dem BWL-Studium eine breite Facette von möglichen Tätigkeitsfeldern in Unternehmen, von eher intern orientierten Funktionen wie Controlling beispielsweise, über extern orientierte Funktionen wie Marketing und Vertrieb. Es ist, wie gesagt, ein sehr breites Spektrum von Tätigkeiten, das sich Absolventen der BWL bietet. Das Zweite und auch, das ist ja ein Thema, über das man sprechen sollte, ist die Nachfrage nach BWL-Studenten ist tendenziell hoch und auch recht stabil. Auch in der Krise 2008, 2009 war die Nachfrage eigentlich recht kontinuierlich gegeben. Das heißt, man hat eine gewisse Sicherheit und auch eine gewisse Sicherheit auf ein vernünftiges Einkommen nach dem Studium. Als Drittes würde ich den Grad der Internationalisierung des Faches nennen. Man hört ja häufig, dass es schwer ist, Auslandsstudien anerkannt zu bekommen und so weiter. Das ist in der BWL und insbesondere hier in Mannheim überhaupt kein Problem. Wir haben zum Beispiel im Bachelorstudium ein integriertes Auslandsstudium, wo die Leute ein Semester im Ausland verbringen. Das ist sehr bedeutsam und ist, wie gesagt, in der BWL weit fortgeschritten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020